Was geht Chat? Hi! Na? Hallo! Was geht? Was geht? Was geht? Alles gut bei euch? Na? Ich hoffe euch geht's allen gut, Alter. Boi! Good boy! Ah fuck! Ich hab mir grad... Ah! Ich hab so eine Kante, Alter! Ey, die ist so krank! Eklig, Mann! Die ist so scharf! Tut man sich so weh? So! Was geht, Leute? Ich hoffe euch geht's gut, mein Hundekalm will ich für nächste Woche einrichten, auf jeden Fall! Ähm... Geht's dir gut, kleiner Motherfucker? Möchtest du mal was sagen? Hier! Möchtest du was sagen? Möchtest du was sagen? Nein? Nein? Ich bin ein bisschen später, Leute, weil ich grad noch mit ihm raus musste. Deshalb, ähm... Entschuldige das bitte. Nein! Nicht mehr beißen! Das haben wir dir abtrainiert! Nein! 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 Nein, Akani! Kleiner Süßi, Alter! Ja, Leute, was soll ich sagen? Ähm... Wir sind, äh... Wie gesagt, ein bisschen später, weil Akani natürlich erstmal, ähm... Raus musste. Man kennt das. So, Leute. Äh, ich hab auch die Hundekam so heute halbwegs eingerichtet. Wir haben jetzt hier hinten in der Ecke, wenn man das sehen möchte. Dann kann man hier hinten... Da steht, glaub ich, gerade diese Flasche hier vor. Kann man sehen, dass Akani sich da auf jeden Fall niederlässt, meine Freunde, und, ähm... Da dann chillen kann. So, was wird zuerst gezockt? Das ist natürlich eine sehr gute Frage, Leute. Ähm... Ich habe heute tatsächlich einiges vor. Ich möchte gleich erstmal aufs Stream-Event gehen, klar. Das Stream-Event war ja super, super spannend gewesen. Hä, sag mal, kommst du hier klar eigentlich, oder ist das alles... Ist alles in Ordnung? Ja? Ist alles gut bei dir? Guck mal da! Da! Da ist die Kamera! Guck mal! Aaaaah! Aaaaah! Man, Alter, der ist so fucking süß, Leute. Naja, jedenfalls, ähm... Werden wir erstmal kurz ins Stream-Event reingrinden. Danach werde ich, glaub ich, bisschen mit Romatra nochmal einen Speedrun tryen. Und dann, meine Freunde, werde ich, glaub ich, hingehen und, ähm, mich erstmal für die Prime-Subs bedanken. Vielen Dank für die ganzen Prime-Subs, Leute. Danach werde ich, äh, hingehen und, ähm, mit Trimax noch ein bisschen was spielen, Leute. Am liebsten würde ich jetzt die ganze Zeit hier mit Akani... Aaaaah! 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 Mit Akani chillen, aber das geht natürlich nicht. Craft-Attack, meine Freunde, geht ja nächste Woche. Die Jacke kann ich leider nicht ausziehen. Ich hab heute, wenn ich du wäre, gespielt, Leute. Und, ähm, ich kann ja mal ganz kurz... Warte mal. Ich muss mal ganz kurz... Ah ja, Elvive ist gerade da. Ja, die, ähm, die Jacke darf ich leider nicht ausziehen. Weil ich hab, wenn ich du will, gespielt und ich darf jetzt, natürlich, klar, eine komplette Stunde in dieser Winterjacke hier sitzen, Alter. Die wirklich auf Minusgrade ausgerichtet ist, Alter. Also, dementsprechend, danke an der Stelle, Elvive, du Wichser. Ja, Leute, was soll ich sagen, Mann? Guck mal hier. Oh, oh, das darf man nicht sehen, Akani. Man darf das nicht sehen auf Twitch. Warte, wenn ich so mache. So, Unterhosen-mäßig, guck mal, wartet. So ist gut. Der süße, der süße, der süße kleine hier, Alter. So, möchtest du von meinem Tisch runtergehen? Weil, guck mal, weißt du, wenn du jetzt hier bist, Bro, dann ist das sauschwierig für mich zum Spielen. Verstehst du? So, ich kann nichts machen, wenn du jetzt hier bist, Digga. Verstehst du? Ich mag dich sehr gerne. Ja, genau. Wir setzen uns einfach hier vor die Tastatur wahrscheinlich, oder? Ist okay, Akani. Ist egal, Leute. Akani ist jetzt, ähm, Akani ist sechs, äh, acht Monate alt, Alter. Der kleine, der kleine Süßmaß. Leute, die neuen Demots kommen nächste Woche natürlich auch. Ähm, das wird auf jeden Fall extrem spannend. Akani sieht aus wie ein Fuchs. Schwör, Leute, ich hab zuerst auch gedacht, ich hätte einen Fuchs gekauft. Wirklich, der verhält sich manchmal so behindert. Aber ja, geht klar. So, wohin jetzt? Ja, setz dich auf die Maus drauf. Das ist eine Ge... Genau, leg dich hier hin. Guck mal, hier, wenn du wartet, wenn du so legst, ist cool. So ist gut. So ist gut. Wer leckt grad die Maus ab, Alter? Leute, ich weiß nicht, ich bin grad bisschen überfordert. Was mach ich jetzt? Wir sind hier, Alter. Welche Raste, Akani? Akani ist ein Mittelspitz. Möchtest du was essen? Eigentlich kriegst du erst um 19 Uhr essen. Aber wir können heute mal ein bisschen vorziehen. Hm? Komm mal, dann bist du auch beschäftigt. Was hältst du davon, Bro? Sag mal was. Ah ja, Ohr lecken heißt immer, ich hab Bock, Leute. Töten? Halt deinen Maul, Alter. Töten deine Mutter. Ähm. Okay, Leute. Ich, äh... Ich würde sagen, ich fütter ihn ganz kurz. Und, äh... Einfach vom Tisch heaten. Ich würde sagen, ich, äh... Oh, Digga! 100 Euro Donation von Evive HD. Grüße geht raus an deine Jacke. Leute, können wir mal ganz kurz an der Stelle hier... Dickes Dankeschön an Evive haben, Alter. Digga, Evive, Grüße gehen raus, oder, Akani? Ja, genau, Alter. Leute, da musste Evive voll 100 Euro donaten. Äh... Keine Ahnung warum. Weiß ich jetzt auch nicht. Ähm... Grüße an der Evive, Leute. Grüße an der Evive an der Stelle, Lukas. Du kleiner Hund. Ich schwöre, mir ist jetzt schon so warm mit dieser Jacke. Ich hasse dich einfach. Aber, Leute. Äh... Wette ist Wette. Ich zieh das jetzt hier durch, Alter. Ich hab um 18 Uhr angefangen. Also werde ich dir fünf Minuten wieder ausziehen. So. Also, Akani. Pass auf, ich fütter dich jetzt, Bro. Und dann... Digga. Dann müssen wir... Spielen, okay, Akani? Was sagst du? Pass auf, ich geh mal ganz kurz zu Romatra. Warte mal, gucken. Romatra ist nicht da? Lassen wir es doch an der Stelle. Ähm... Leute, ich schwöre... Irgendwann... Ich hab mit Akani so viel vor. Ich will ihm wirklich Minecraft beibringen. Alles, Alter. Das geht sogar tatsächlich. Man kann Hunden gewisse Sachen halt antrainieren. Das dauert halt nur. Wir haben heute... Haben wir... Okay, ich mach erstmal... Ich erzähl einfach erstmal ein bisschen was, Alter. Ähm... Heute haben wir erstmal ein bisschen was geübt. Und zwar haben wir heute zusammen, äh... Komm und bleib geübt. Und das kann Akani schon ganz gut. Also... Ganz gut jetzt nicht, aber... Er macht sich, Alter. Er macht sich, ne? Ähm... Was soll ich sagen, Alter? Akani auf jeden Fall. Ein absoluter Irrenhund. Ich dachte zuerst, Leute... Ey, ich schwöre es euch. Ich dachte zuerst... Boah, jetzt ein Hund. Das muss ja ultra stressig sein. Das schafft man gar nicht. Es ist auch ein bisschen blöd, weil wir jetzt halt... Wir hatten ja zwei Reisen nach Amsterdam. Ich einmal mit meinen Jungs. Jetzt morgen auch nochmal. Die anderen sind schon da. Ich fahre jetzt morgen nach Amsterdam. Bin jetzt extra wegen dem Kleinen noch was hier geblieben. Und wegen dem Stream heute. Und kommen jetzt morgen nach. Klar ist mit Reisen ein bisschen blöd und so. Aber letztendlich geht das voll fit, Alter. Also wir kommen auf jeden Fall echt gut. Kannst du deine Cam runter machen? Kleines bisschen. Sogar vielleicht schon. Warte mal. Guck mal. Besser so? Ja, ist gut, Alter. Ist super. Guck mal da oben. Da. Da Akani. Da. Nein, da. Hier. Ja. Ja. Er rafft halt nicht, dass ihr da seid, Leute. Ihr checkt halt nicht. Ihr checkt halt nicht, dass ihr auch am Start seid. Auf jeden Fall ist er wirklich ein absolut entspanntes und ruhiges Tier, Mann. Schaut ihn euch an, Alter. Schaut ihn euch an. Dieser kleine, süße Motherfucker, Mann. Er hat eben mit Pipi im Flur versucht zu spielen. Ähm. Hat aber nicht ganz so gut geklappt. Jomi war auch hier. Irgendwie heute Hundetreffen hier im Büro bei uns gehabt. Wir sind ja alle in einem Management. Und manchmal bringen die dann Pipi auch mit. Und Kim hat ja noch Jomi. Und Pipi war dann heute zufällig auch hier. Und ähm. Ja, Alter. Hat nicht so gut funktioniert, ne? Falls du hast einen Korb bekommen, Alter. Hat eine Absage bekommen, der arme Alter. Wirklich, Leute. Hättet ihr sehen müssen. Er hat sich an Pipi rangemacht. Er hatte richtig Bock, ne? Pipi gesagt. Ne, Digga. Ne, das geht nicht, Alter. Geh mal weg von mir. Geh mal weg von mir, Alter. Hat er Kinder? Auf keinen Fall hat er Kinder. Der kriegt jetzt demnächst. Der bekastriert sogar, der arme Alter. Ich habe überlegt. Gibt es sowas wie ein... Gibt es sowas wie ein Hundebordell, wo man die nur einmal... So. Jetzt liegt er hier, Leute. Okay. Ich glaube, ich kann sogar alles machen. Ich glaube, ich kann sogar WASD und alles benutzen. Das sollte funktionieren. Okay.